Sie möchten eine Firma kaufen oder verkaufen? Sie möchten Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern oder sind auf der Suche nach neuen Investoren? Dann lassen Sie sich von uns dabei begleiten. Wir stehen Ihnen rund um Ihr Geschäft zur Seite. Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Erfahrung. Bei uns sind Sie richtig. CIR, Kaleb Industrierepräsentanz. Ihr Beratungs- und Vermittlungsunternehmen aus Hennef. Abriss des Siegburger Sportpalast. Seit Anfang August beißen sich Bagger in die Fassade und Abrissbirnen setzen im Gebäude zu. Lautes Hämmern ist seitdem zu hören. Experten nennen das Entkernen. Während der Abrissarbeiten wird die Straße auf dem Kleinstück zwischen der Stadtmauer und der Einmündung in der Bahnhofstraße für Autofahrer komplett gesperrt. Später sollen auf dem 1.500 Quadratmeter großen Kaufhalleareal vier neue Ladeneinheiten auf zwei Etagen sowie 17 neue Wohnungen entstehen. In Westerinterboden aus Ratingen realisiert das Vorhaben.